Hessiale 2009 Eine der ausstellenden Künstlerinnen ist Petra von Breitenbach. Sie arbeitet nicht nur im Atelier, sie vermittelt ihre Erfahrungen auch gerne an Kinder. Blindes Zeichnen fördert die Konzentration. Kinder lernen, etwas frei oder nach einem Gegenstand zu visualisieren und darzustellen. Sie koordinieren die vorgestellte Gestalt mit der Hand, die sie ausführt. Ich wollte einen Hund machen, ich weiß nicht, ob es geht. Gefühle können besser einfließen, weil ein Stück Kontrolle wegfällt, ohne in Willkür und Beliebigkeit auszuarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020